Na, immer noch nicht genug? Okay, der Schmetterling hoch 2 kommt. Ihr geht ganz normal in den Schmetterling und nehmt dann eine Hand nach hinten. Noch einmal. Eine Hand nach hinten. Ja, im Endeffekt. Die eine Hand macht diese Bewegung und die andere Hand macht die Bewegung hinter euch. Das heißt, ihr geht 1, 2, hinter. 1, 2, hinter. 1, 2, hinter. Ob ihr jetzt mit rechts oder mit links ist euch überlassen. Versucht es einfach. Viel Spaß.